Vor ein paar Wochen habe ich ja schon erzählt, dass wir vor hatten, nach Albanien zu reisen und dort in einem Gefängnis zu sein. Dort waren wir jetzt und wir haben einen jungen Mann getroffen, seine Story und unser Anliegen damit. Das erzähle ich dann in der Osterwoche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017